Heyo Leute, und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Ich spiele heute Weiger als Support. Ähm, Mitte wollte unbedingt die Karma gehen, ich weiß auch nicht warum. Karma ist eigentlich ein Support, aber... Okay, wenn sie meint. Ähm... Ich kauf mir... So, glaube ich. Ich fang nicht mit Schuhe an. Schuhe sind irgendwie nicht so toll. Und er fängt mit Blue an, dann kriegt er keine Hilfe von mir. Wir haben einen Renekton auf der Top-Lane, der Honey geht ADC mit Graves. Wie gesagt, ne Karma in der Mitte. Und ne V als Jungle. Wir spielen gegen Fiora, Heimer, Chawan, Yana und Shyvana. Shyvana geht Junglen, Yana... Support... Heimerdinger Mitte, Fiora Top, Chawan... Bot-Lane, würde ich sagen. Was sagst du dazu, Honey? Ja, wir haben Solo-Top, oder? Wir und die. Und es ist ein Chawan, wie ich's mir gedacht habe. Äh, Heimerdinger ist Mitte? Wer sonst? Karma, no? Warum denn nicht? Er wollte. Warum Karma, no? Okay, go! Oh, drauf, drauf, drauf! Wir machen First Blood! Wir machen First Blood! Lol, der bringt mich um! Lol, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Yeah! Yeah! Blum! And your face! Haha! GG! Zu knapp! Krümpel... Oh, wir hätten es fast geschafft. Okay. Egal. NP! Zu wenig Attack Speed. Geh da raus! First Blood! First Blood! First Blood! First Blood! First Blood! Komm, die schaffen wir, die schaffen wir! Ah! Alter, okay. Eben nicht, wenn du alleine vorgingst. Ja, ja, hab ich jetzt auch gesehen. Egal. Karma kauft sich auch das Support. Warum kaufen die sich alle in der Mitte des Support-Items? Das gibt's doch nicht. Dass die so schlecht sind. Ich mach da ein Wort. Danke. Okay. Aha, ich hab First Blood. Oh, da ist die da mit dem Venient. Oh, ich hab ihn nicht gekriegt. Oida. Was denn? Geh da gleich voll auf nicht. Sauber. Okay, ich mach da ein Wort rein. Die haben Shyvana im Jungle. Der ist ziemlich stark im Jungle. Okay, weiß ich nicht. Oh, Leute. Warte, ich hab meine Mauer gefehlt. So. Nein. Hallo, Chaban. Ich seh dich. Nein. Alter. Ha! Oh yeah! Dead Damage! Ich drück so krass in Damage. Schade, ich war mit meiner Kuh ein bisschen zu spät dran. Weil ich Weiger bin. Weiger ist so krass. Zumindest im Early Game. Mit Game ist er dann nicht so stark, aber... Finde ich zumindest. Und ab dann wird er irgendwie jemanden. Hast du gesehen? Endkross, ja. Der Damage auf ihn. Endkross. Ah, ich krieg kein Minion mehr. Den nächsten musst du aber mir lassen. Den nächsten Champ. Okay. Brauch Geld und ich bin ADC. Ja, 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 ja. Alter, ich muss meine Kuh farmen, Honey. Jetzt bin ich useless irgendwann. Nein! Ich hab sein Teleport abgebrochen. Sehr schön. Der Kuh auf ihn gemacht. Sehr schön, sehr schön. Alter, ich hab bis jetzt fünf Minions, ne? Ich auch. Super. Oh, der war ausbrechbar, Honey. Okay, ich wollte gleich mal. Oh, hätte ich jetzt auch gemacht. Ich hab nämlich gerade einen. Ich wollte den Busch. Ne, der ist egal. Oh, der wär egal gewesen. Bis spät. Egal. Da ist eh keiner drin. Oh, du hast den. Egal. Ich hab ihn voll gut hingesetzt, Mann. Der ist da super pro-like. Ich fäll gerade nur jeden Minion. Jeder Minion sitzt nicht. Mein Wunder, ich hab ein paar. Haha. Haha. Er ist eingesperrt. Oh, er kriegt ein Schild. Schade. Oh, Mann. Jana Schild ist zu OP. Das bringt ihm sogar AD. Das ist endunfair. Lol. Wetten, der ist eine Kuh. Ah. Nochmal. Ah. Ja, lass es. Mann. Mann, oh, Mann. Und? Boom. Ich mach kurz ein Back. Ok, do. Und kaufe mir ein Eifer. Yo. Arsch machen. Shyvana ist irgendwie noch nicht da gewesen, oder was? Level 1 immer noch. Also wird mir als Level 1 angezeigt. Toll. Toll, Hyping. Hyping. Ich geh vorbei, halb pink. Ach, Chavan ist wieder da. Hi, Chavan. Haha. Nice. Sehr schön. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass der Fiora macht. Ja. Aber wenn das stimmt, dass der ein Jungler RFK ist, dann wird das eh GG easy. Bis jetzt ist er immer noch nicht da gewesen. Aber ich will gar nicht fragen. Der kommt von hinten. Ja, glaube ich auch von hinten. Ja, glaube ich auch, ich kann wo Orden. Nein, kommt er nicht. Kommt er nicht? Okay, ich wollte trotzdem. Der ist schon wieder da. Ah. Okay, wenn er schon wieder da ist, dann muss ich ja gar nicht. Ich stehe wieder voll auf mich. Na, schmal an. Da kommt, ähm, ah, ist unser Jungler. Das ist unser Jungler. Ich hab kein Mana. Und ich hab irgendwie ein bisschen Hyping. Und ich kann nicht stunnen. Ist auf cooldown. Was will sie hier? Weiß ich nicht. Oh. Hey, ich hab meine Ulti. Oh, der Damage. Der Damage. Hast du mein Damage gesehen? Endgross, endgross. Da ist irgendwie jemand wieder im Busch. Okay, das ist wahrscheinlich ein Shyvana. Warte mal. Okay. Oh, es ist nicht mehr drin. Es ist entflohen. Ja, vielleicht war es auch dein verreckender Wort. Achso. Das kann natürlich sein. Oh nein. Oh nein, Shyvana ist wieder da. Ich hab eine Ulti. Äh, Shyvana Level 5. Okay. Also war sie die ganze Zeit anscheinend da. Ich verhinde die da. Und sie steht 1-0. Oh, Toplane. Oh mein Gott. Ich hab Piping. Aber nur noch, keine Ahnung, für 20 Minuten oder so. Und dann ist das Video oben. Und dann ist das Video oben. Ja, sie planen, glaub ich, wirklich einen Angriff. Loll. Haha. Haha. Hakun. Nimm. Sehr schön. Sehr schön. Ich mach nen Back. Schaffst du sie alleine? Nö. Nö. Wie, wie ist sie da? Also ich wär dabei. Easy. Good job. Sauber. Nice. Sehr nice. Sehr nice gemacht von ihr. Finde ich gut. Oh, ich wurde mal lieber. Ich wurde. Ich wurde. Tu das. So. Ich komme wieder. Ich hab mir vampirisches Zepter gekauft. Oh nein. Oh nein. Was ist nicht gut? Wenn Renekton stirbt. Ich glaub, Toplane braucht nen Babysit. Ja, aber hallo. Fiora ist okay. Ja, ist sie. Aha. Kack nu. Okay, ich brauch jetzt auch mal nen Back. Echt? Ja, ich war noch nie Back. Ich hab bis jetzt bloß nen Dorans Ring. Du warst schon zweimal Back. Ja. Außerdem bin ich schon Level 7. Und du hast Level 6. Also kann ich's mir leisten. Javan ist der Schaden. Oida, der Schaden. Und Schuhe. Und, was kaufe ich mir noch? Der Damage. Was ist da los? Von dir oder von ihm? Ist da was? Da ist ein Javan. Ja, der läuft gerade wie hinterher. Ja. Ah, den machen sie schon. Nice. Karma hat dir geholfen. Karma hat dir nicht geholfen. Karma hat den Kill gemacht. Stimmt. Aber das ist ja unsere Mitte. Der darf das ja. Haha. Kack nu. Bam. Ah. Ich hab meine Ulti nicht mehr draufgekriegt. Sonst wär der Kill bestimmt fast sicher gewesen. Ha, sie hat nen Turm in dem Ding. Ja. Komm her du. Wird nix, was gut sein. Nein, es wird was. Loll. Loll. Das wusste ich nicht, dass sie Flash, dass sie Flash mit Ding abbrechen kann. Äh, dass sie mit Flash durchkommt durch die Wand. Das wusste ich nicht. Hab gedacht, das ist wie bei Javan, wenn er sich durchzieht und so. Dass er, ich wurde hier gleich. Und zwar, und zwar jetzt. Sie ist aber noch da. Ja, hab's gesehen. Und jetzt hat sie kein Flash mehr. Aha. Now you will die. Oh yeah. Get damage. Ich hab zwar mein Ulti hier eingesetzt, aber. Worth. Ah, Shyvana kommt. Shyvana ist, ich glaub schon. Pass auf, dass der Javan dich nicht ultiht, gell. Aha, dann warte lieber mal auf mich. Ja, genau, danke. Nope, problem. Ich kauf mir jetzt gute Schuhe. Ich glaub, ich brauch auch Schuhe. Hab gleich 1000 Gold, dann kann ich sie mir jetzt schon kaufen. Ich mach auch nen Backup, wieder nen Teleport. Toll, Renekton verliert Toplane. Das ist gar nicht gut. Hoffentlich bestimmt Schuhe. Jo, hab ich mir gar gekauft. Ähm, ich glaub, ich muss sich auf Riesenschwert sparen. Okay, tu das. Ich hab schon Träne. Wie viel hab ich auf der Kuh? 40, dick. Oh mein Gott. Normale, normale Weigers haben vielleicht 1000 auf der Kuh. Ich hab 40. 90, sieht man hier. Äh, ich kann's jetzt schlecht zeigen. Unterste Leiste hier. Zusätzliche Fähigkeit stärkt hier. Plus 40. Zauber. Eigentlich 90. Yoda ist tot. Yoda ist tot. Ja, ich hab's gesehen, aber sie braucht den Gank. Äh, er braucht den Gank. Ja, ist doch egal. Nee, ist nicht egal. Das heißt, er gewinnt nicht. Magst du da mal Worten, bitte? Mhm. Danke schön. Ich will nämlich nicht überrascht werden. So, von hinten und so. Amera! Oh ja! Oh ja! Der Damage! Ja, ich glaub, wir lassen es lieber. Oh. Die nervige. Die Nerv so krass mit ihrem komischen Hochhauen. Oh, oh. Ist da wer? Nein, okay. Dann kann ich ja... Da ist eine Yana ohne Leben. Und in der Mitte ist eine Shyvana. Und ich renne einfach mal in jeden Ding rein. In jeden einzelnen Wöbelsturm von hier. Loool. Sie macht Ulti. Useless. Und... Definitiv nicht Worth. Leute, ich hab Ulti wieder. Ich kann Yana one-shotten. Komm her, Yana. GG. Ja, Serka. Wenigstens hab ich einen Assist gekriegt. Ja, hallo. Meine Ulti one-shotted, Leute. Okay, Yana. Der ist da drinnen. Wer? Ah. Javan ist da drinnen. Ich stun ihn gleich. Okay, Stun ist drauf. Sehr schön. Oh. 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 Sorry, ich wollte nicht, dass du stirbst und so. Ja, passt schon. Nein, Halper-Dinger. Ich verpiss mich. Ich auch. Ich mach einen Back. Gegen Heimer will ich nicht spielen. Der ist mir zu gut. Obwohl er bloß Handschuhe und ein... Loool. Ah, ich hab's geschafft. Okay. Ich hätt grad gedacht, ich schaff's nicht und so, aber... Ähm. Ich kauf mir ein Ding. Ich kauf mir nix. Ich lad nur Leben auf. So viel Geld hab ich noch nicht. Ah. Ach. Ich hol mir einfach mal Red Buff. Verbündeter wurde getötet. Weil Heimer-Dinger mit Red Buff ist OP. Oh nein. Unser Jungler wurde getötet. Von Fiora. Nein. Fiedet doch Fiora nicht. Bitte. Tut mir das nicht an. Wir stehen grad 11.5. Engg. Positiv. Hallo, ich stehe 5.0. Oida. Ich bin voll. Ich stehe 1.0. Wart's doch. Positiv. Ja, einen hätt ich noch gern. Ja, die nächsten kriegst du. Ich komme für Chana. Chana gibt eh kein Geld mehr. Und sie geht full AP. Gut für mich. Weil meine Ulti geht mit 80% des... Oh, Leute. Ich geh. Ich geh lieber andersrum. Ähm, ja. Heimer-Dinger-Ulti-Kanone. Useless. Aber okay. Oh, da sitzt ein kleiner Heimer-Dinger drin. Oh mein Gott. Ich komme. Ich komme. Ich will helfen dir. Wo ist der? Wo sind die? Weg. Weg. Nice. Haben die beide geflasht oder was? Haben die alle geflasht? Ich glaube, die haben alle geflasht. Okidoki. Ah, da ist sie. Da ist sie ja. Nein! Oh Mann. Ich wollte gerade rauslaufen. Nice! Nice! Good Job! Sehr schön gemacht. Ich wurde... Okay, Tower. Ab auf den Tower. Kriegen wir vielleicht sogar. Den kriegen wir locker. Ja, wenn die Minions nicht davor... Okay, kriegen wir. Die Minions sterben ziemlich langsam weg. Fast. Hallo. Ich zeige gleich mal, wie cool ich bin, dass ich stunnen kann und so. Lolololol, nimm sie dir. Schnell! Schnell! Nein! Mein Red Buff hat sich umgebracht, sorry! Loolol! Oh mein Gott! Ich habe Ulti auf sie gewastet. Egal. Egal. Sie hat kein Leben. Ja. Sie muss immerhin schon mal backen. Das tut mir jetzt furchtbar leid mit Yana. Mein Rapper hat sie umgebracht. Was ist denn los? Mitte sollen wir kommen. Ja. Fiora kommt. Lauf um dein Leben. Lauf Fiora. Fiora, Heimer und Shyvana. Ich will Blue Buff. Ich will den Maximum Helm. Wirklich? Ja. Ich will den. Ganz wirklich. Okay, danke. Recht. Sehr schön. Danke schön. Und. Boom. Ja. Ich komme mit damit. Oh, oh. Oh, lol. Fiora hat Ulti an. Geh da nicht rein. Geh da nicht rein. Fiora hat Ulti an. Okay, jetzt komme ich. Bring Fiora um. Schnell. Lass es. Lass es. Geh da raus. Lass es. Äh, wenn du willst, kannst du Shyvana machen, gell? Jetzt mach sie. Alter! Das, Marvin, jetzt sterbe ich auch noch. Alter! Starne! Okay, ich hab dich gelacht, aber... Danke. Wie mies ist denn das? Warum krieg ich keinen Kill, wenn du dabei bist? Das tut mir leid. Ja, mein Gott kann man nicht ändern, aber trotzdem. Yeah. Halt, voll fehl. Yeah. Voll geil. End geil, end geil. Kann man nicht ändern. Aber ich find's nur mies, dass ich keinen Kill krieg. Ja. Aber wenigstens hab ich jetzt riesen Schwert. Ganz gut. Es geht schon mal mehr. Ja. Alter, ich steh 8.0. Komm, ich will das Spiel mit 0 beenden. Zu 0, mein ich. Also. 0 Tote. Krieg ich den Blue Buff? Also, ich kann dir gern helfen, wenn ich ihn krieg. Ah, ich hab' ja den sehr schön gebrüllt. Sie darf sich jetzt bedanken bei mir. Loil, ich geh' Botlane. Ich geh schon. 3 Sekunden für Stun. Den krieg ich. Den krieg ich. Stun ist drauf. Easy. Easy. Loil, 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 loil. Ich bin so gefiedert. Oh, mein Gott. Wie gefiedert bin ich denn bitte? Alter, lol. Alter, alter. Krass. Haha. XD. Easy. What the fuck? Wie gefiedert bin ich denn? Oh, mein Gott. Was ich denn für ein Damage raushol? Das ist ein Problem zu halten. Ich komm' mal Mitte. Machen wir die Fiora. Pass auf, dass Fiora nicht Ulti anmacht, gell? Bin schon abkommen. Okay. Ich hol' mir Red Buff. Ey, ist sogar da. Bam, bam, bam. Wie gesagt, Weiger mit Red Buff OP. Ich sterb, glaub' ich. Nein, tue ich nicht. Ich schaff's. Aber jetzt bin ich One-Shot für Fiora. Da geh' ich lieber back. Loil, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ani, disengaged. Bist du draus? Ja, ich bin draussen. Okay, gut. Ähm, ich glaub', ich warte die 20 Gold. Mach' schnell ab. Haha. Währenddessen schauen wir uns den Fall in der Mitte an. Mit einer Kuh hab' ich ihn gelegt. Er hatte noch halbes Leben. Alter, nice. Ja, wenn du halt triffst, weil du ja nur drei Dinger schießt. Und wenn du den in der Mitte oder seitlich triffst, dann ist es GG. So, wir holen uns jetzt leeren Stab. Ich komm' mit der. Endlich. Fiora overfeed. Äh, nee. Ich bin overfeed. Weil ich hab' mehr Farm, ich hab' weniger Tode, ich hab' Massist mehr und ich hab' Kill mehr. Ich bin overfeed. Loil. Was ist der von Damage drückt, ne? Abartig. Ist er da noch drin? Was ist der von Damage drückt, ne? Abartig. Ist er da noch drin? Er ist nicht mehr drin. Er ist nicht mehr drin. Er fehlt. Ich komme. Es ist nur Heimer, Dinger. Bring ihn um. Weil wenn ich einen Stun drauf bringe, dann ist es Loil. Okay, ich hab' meinen Stun daneben gesetzt. Egal. Wuhu. I'm too good. Weiger OP. Okay, ich muss dazu sagen, es ist nicht mein erstes Game mit Weiger. Loil, Fiora. Oh mein Gott, Panikflash. Ich will nicht sterben. Ich will zu Null beenden. Das tut mir jetzt leid, aber... Ich wollte ihn zu Null beenden. Ich steh im Moment 2 zu Null. Sehr schön. Ich steh 11 zu Null. Du, 8 Null. 11 Null. 11 Null. 11 Null. 11 Null. 11 Null. 11 Null. Ich bin's cool. 11 Null mit Weiger. GG. Okay, ich komme mit dir. Nee, ich gehe Top-Lane. Echt? Ja, ich gehe Top. Warum? Keine Ahnung. Ich muss mich noch mit Farmen. Mitte ist wieder alles. Ich muss mich mit dem Farmen ein bisschen verbessern. Ich farm mit Weiger nicht zu schlecht. Außerdem will ich nicht das Spot-Tower, äh, Top-Tower-Feld. Weil deren Minions pushen gerade irgendwie ziemlich krass. Komm, aber da jetzt eine schöne Ding reingesetzt. Yes. Dann stunne ich alle Minions. Dann hole ich mir den ein. Und den. Und den. Und... Boom. Die machen gerade Dragon. Ja, können den nicht stilen. Nein, zu spät. Oh, Mann. Ding hat schon versucht, ihn zu stilen. Ich laufe weg, Alter. Doch, wir dealen ihn. Sehr schön. Bitte, ciao. Ich gehe mit. Ich gehe jetzt nochmal raus aus dem Jungle. Ganz schön gefährlich. Ganz schön gefährlich. Das mache ich auch. Ich gehe zu dem Mid-Tower. Haha. Bin ich nicht gottgleich? Ah, ich bin legendär, okay. Bin ich auch gottgleich? Ab wann ist man gottgleich? Weuse ich nicht. Tee, irgendwas ist gottgleich. Zehn Kills. Ich habe zwölf und bin noch nicht gottgleich. Leute, da läuft doch was schief. Ah, Heimer. Haha. Lalalalalalal. No, 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 no. Oh, hast du mein Damage gesehen? Oida, Leute. Das war nur meine Kuh. Hey, da. Wenn meine Wehe dann auch noch trifft. Die One-Shotted Minions mittlerweile. I'm too good. I'm so pro. Ich schau mal. Es ist kleiner drin, die sind alle nach hinten zu dem Tower gelaufen. Okay. Es ist, ich One-Shotte auf die komischen Kanonen vom Heimerdinger. Ich One-Shotte eigentlich ziemlich viel. Das fällt mir grad so nebenbei auf. Ich mach den Stun noch ein bisschen besser. Und schau, wie es meiner Träne geht. Ja, ganz gut. Geht vorwärts, würde ich sagen. Nein! Mach mit, Tower, dann können wir von mir aus den machen. Okay, ich komme. Ach, er ist gar nicht da, oder was? Ist er jetzt da oder nicht? Fighten wir grad irgendwas? Nein. Okay, ich komme. Lol, will keiner von euch warden, oder was? Ja, kriegen wir. Ich will aber nicht zu viel Damage abkriegen. Sprich, wenn meine Fähigkeiten auf cooldown sind, dann gehe ich da ein bisschen raus. Nice. Sehr schön. Lol. Mit Tower. Hilfe. Jetzt haben wir Super Baron, aber er bringt uns nichts, weil wir jetzt dann gleich sterben. Ich glaube, ich kaufe mir auch mal Heimwacht Schuhe. Hallo, Heimwacht. Ich komme. Sehr schön, Honey. Der war irgendwie gestealt. Irgendwie ist doch egal. Nein, der war wirklich gestealt, aber ich weiß nicht warum oder wie. Ich habe nämlich eigentlich nichts drauf gemacht. Vielleicht kriege ich da noch einen. Oh, einen habe ich sogar noch gekriegt. Yeah, ich bin der Weiger Tank. Ich bin ganz vorne. Oh yeah. Und jetzt sahen ich alle Minions. Oho. Ich bin zu gut. Ah, ich habe keinen Minion gekriegt. Und? Aha, meiner. Unnötig. Bringt ihr bloß 5 Volt. Lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilf mir, ich will zu Null beenden. Oh mein Gott. Ah, ich brenne. Ah, ich habe es geschafft. Okay. Licht nicht. Ich schaue. Lieber kriege ich ein paar weniger Assists zum Kills. Dafür beende ich es zu Null. Geschafft. Ich habe erfolgreich disengaged. HP Hack. Ah, dann stehe ich 3-1. Nein. Ich habe einen HP Hack. Yeah man. Ne, ich habe einen Videobeweis. Okay. Äh, haben die da kein Wort oder so? Ich komme. Ja, hat sie. Und ich habe ein Videobeweis. Aha. Me too good. Boom. Boom. Yes. Ich glaube ich schaffe es wirklich zu Null. Ähm. Den setze ich mir mal auf. Die 2. So. Komm ich will mithelfen bei dem Terror. Dann habe ich auch mal was Gutes gemacht. Oh, ich zerstöre ihn sogar gleich. Cool. Da ist Fiora. Ich mag Fiora nicht. Ähm. Haha. Yes. Yes. Oh yeah. Oh yeah. I'm so good. Vielleicht schaffe ich sogar noch einen Panther in dem Game. Haha. Haha. Lass mir den Minion. Oh. Und wie viel habe ich jetzt auf der Kuh? 100. Ah. Passt. Passt schon. I tank. Tower. Okay. Go, go. Lass mal tanken. Lass mal eine Runde tanken. Nice. Sie macht Ulti. No curse. Dann hätte ich wenigstens einen inoffiziellen Panther geschafft. Aber unsere VKS ja. Und unser Ding stirbt. Unser Koko. Äh. Ich würde da lieber rausgehen. Wenn ich euch wär. Wenn ich ihr wär. I'm so good. I'm so good. Komm Honey, wir gehen. Wir gehen Mitte. Was machen wir Mitte? Weiß ich nicht. Warum hab ich kein Baron mehr und ihr schon? Du bist einmal gestorben. Dann ist er weg oder was? Ja, wenn du stirbst, verlierst du ihn. Aber du gibst ihn nicht an den Gegner. Sondern er löst dich einfach komplett auf. So wie Rapper. Rapper für die übergeben. Mhm. Und Baron eben nicht. Ich komme. 15 Null. 3 1. Nein. Lol. Wenn ich das wirklich zu Null beendet, dann. Dann will ich aber nur von dir, gell Honey? Kriegst du jedes Mal, du Vogel. Okay, danke. Machen wir für Yoda? Kriege ich ihn? Nein. Ich will ihn gar nicht. Ich wollte ihn gar nicht. Machen wir für Yoda? Ähm, nein. Ich krieg grad Blue Wolf. Nein, ich hilf dir hier noch. Mir hilfst du? Nein, ihr. Ähm. Ding, Shibana. Äh, Schmarrn. Wie? Wie helf ich? Ihr Wichser. Lass mich da alle alleine reingehen, oder was? Good job. Ich komme. Komm, Loxi her. 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 Oh lol, ein Out-Attack. Oh lol, eine Q. Loll. Lalalalalal. Ich will das Gein zu Null beenden. Leute. Unterstützt mich. Ich will zu Null. Ich bin schon seit einer halben Ewigkeit. Legendär. 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 Komm jetzt. Lalalalalala, ich sterbe. Oh nein, ich hab sie gewonnt, mit meiner Ulti. Okay, ich geh back. Weil ich nicht sterben will. Da macht ihr lieber alleine den Tower. Sehr schön. So, ich hab noch Handschuhe. Loll, wie viel fehlt denn noch auf mein Ding? Muss man mal ein paar Fähigkeiten spammen, sonst bringe ich nicht mal Erzengel voll. Loll, sterben jetzt da vorne alle oder wach? Komm. Loll. Sehr schön, Honey. Honey, 4-1. Good job. Äh. Nein, es bringt mich Viora um. Dann... Na mein Gott. Jetzt darf ich Deffen. Ich hol mir aber lieber Blucher. Nein. Und wieder mal bin ich bei Klinge des gestürzten Königs angekommen. Cool. Nein, der Gegner zerstört Türme. Wo? Toplane. Mann. Toplane ist gefallen. Und ich hab... Erzengel Ding. Engel Ding. Ja, dieses... Wie heißt denn das? Umarmung des Seraphim. Aber das wird doch aus Stab des Erzengels. Ja. Aus Stab des Erzengels wird's gebaut. Okay. Ich hätte Ulti. Sie hat auch ihre Ulti. Alle haben ihre Ulti. Habe ich so einen schönen Kill gemacht? Das musste jetzt sein. Aha. Jetzt pass auf. Ah. Ah. I'm so good. I'm so good. So good. Ja, aber ich komme. Kannst du denn irgendwie stunnen? Ja. Stun ist schon drauf. Oh, gosh. Aber egal. Ich hab eh so viele Kill. Sie steht 20. 0. Oh, ich steh nur 4, 2 und auf 11 Unterstützungen. Als Weiger Support. 20. 0. What the fuck? Was ist da schief? Ich glaub, das ist mein erstes Normal, dass ich wirklich zu 0 beende. Wenn ich schaff. Ich hoffe, aber ich schaff's. Das wär jetzt schon ziemlich edel. Oh, Stun ist drauf. Easy. Ja, aber ich bekomme für die nur noch. Keine Ahnung. In der Gold oder so. Also für den Assist. Nein. Fiora will Ulti machen. Ich sieh's schon. Aha. Okay. Legendär. Easy. Oh, oh. Mit der Ulti gewonnen. Einshottet. Nein, ich will dich noch. Heimer, nein. Ich wollte Heimer noch. GG. Zu 0 beendet. Yes. Geiles Game. Wenn's euch auch gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Und vielleicht lasst ihr noch einen Comment und ein Abo da. Mir hat's ziemlich gut gefallen. 20 0 oder 22 vielleicht sogar doch. 22 0. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.